Wir machen weiter in unserem Format 12 Mal Dankbar. Heute mit Folge 4. Es sind immer mehr Leute dabei, die hier mitmachen, auf diese Art und Weise in den Tag zu starten. Such dir ein Anliegen aus, wofür du dankbar bist. Schließ deine Augen und danke Gott so lange dafür, bis du merkst, dass deine Gedanken abschweifen. Dann öffne deine Augen, such dir ein neues Anliegen und bring es vor Gott in voller Dankbarkeit. So einfach ist es. Das Ganze geht drei Minuten und soll dir helfen, mit einem dankbaren Herzen in den Tag zu starten. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.